Wenn du die Grenze zur Homophobie und Menschenfeindlichkeit überschreitest, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich hier gottlos auf Mutter, du kleiner Hunde. Ey, du hast dieses Video eingeschaltet. Aber nicht nur hier gibt es coolen Content, sondern auch hier bei Stay Zockt oder hier beim zweitklassigen Reaktionkanal mit nicht so zweitklassigen Reaktionen, aber die hier nicht drauf passen. Und hier unten, unser Nachrichtenportal von Meinungsmacher. Da gibt es Nachrichten einmal die Woche am Samstag. Und jetzt weiter mit dem Video. Rezo hat ein Video über mich gemacht. 17 Minuten. Okay, dann, wer auch immer das gemacht hat, war schön mit dir. Wir sehen jetzt wahrscheinlich den Danachfall. Ladies and Gentlemen, es wurde an Rezo wieder ein Video gemacht. Ich weiß nicht, worum es geht. Es ist 17 Minuten von einem Content Creator, den ich nicht kenne. Und wir werden sehen. I don't know. Let's go. Vielleicht macht dieser Thorik ja sonst bessere Sachen. Hölmig. Bombastisch. Thorik. Häftig. Dein Gott. Tom Jesus, die Zeit dafür hat sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Hallo liebe Freunde des Evangeliums. Ich hoffe, euch geht es gut, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben. Oh no. Oh, ich erinnere mich. Das Video haben wir gesehen. Also, Freunde des Evangeliums. Lass uns gucken, was jetzt hier auf uns zukommt. Oder auch nicht, hat der liebe Rezo aka Arenso ein Video bezüglich mir gemacht, beziehungsweise der christlichen TikTok-Community, in welchem er auch meine Clips verwendet hat und ziemlich aus dem Kontext genommen hat, weswegen ich heute auf sein Video eingehen möchte. Ich sage ja schon lange, dass die Musikindustrie dämonisch ist. Hörst du gerne Taylor Swift oder Beyoncé oder Sam Smith oder Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich hier leider etwas mitteilen. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja genau, du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Und ich sage es nicht ohne Grund. Gucken wir uns das Musikvideo von Lil Nas X an, was gerade rausgekommen ist. Er stellt sich an einem Kreuz dar, er zippt das Abendmahl, als hätte es keine Bedeutung. Aber nicht nur Lil Nas X ist so, sondern auch Kendrick Lamar, welcher Rezo in seinem Video genannt hatte. Er selbst hat sich schon blasphemisch, selbst als Jesus dargestellt mit Dornenkrone. Wenn es einen Gott gibt, dann möge ich mir jetzt die Möglichkeit geben, dieses Video zu skippen, in dem mein Herz aufhört zu schlagen. Oh, es hat nicht funktioniert. Betrachten wir es, ich weiß nicht, ob ich gerade bereit dafür bin. Ich habe gerade schon sehr, boah, ich muss mir erstmal ein Kaugummi aus der Fülle. Ich brauche einen Tee. Chat, ruhig bitte, bitte kurz, lasst uns kurz beten. Lasst uns kurz beten. Oh, heiß. So, wenn Nas jetzt für euch eine Toilettenpause eingeleitet hat, dann habt ihr eine schwache Blase. Und wir werden mit diesem Video trotzdem weitermachen. Amen. Um ihn, ja, zu spotten, praktisch gesehen. Das gleiche gilt auch für Taylor Swift. Taylor Swift, bei ihr war es sogar so krass, dass es gab Leute an ihrem Konzert, die haben komplett ihr Erinnerungsvermögen ans Konzert verloren. Es gibt Schlangenhintergrund, es sieht komplett okkult aus. Das gleiche... Das gleiche gilt aber auch für Billie Eilish. Billie Eilish manifestiert... Ja, Billie Eilish. Ja, ja. ...einen unreinen Geist sogar auf Bühne. Das gleiche gilt auch für Lil Uzi Vert, XX Tentation, Juice WRLD oder Travis Scott. Bei Travis Scott war es sogar so krass, dass sein ganzes Ritual abgehalten hatte. Mit einem riesigen Portal im Hintergrund. Leute sind gestorben. Leute haben sich komisch gefühlt. Warte mal, will er mich verarmen jetzt oder was? Warte mal, was hat der gerade... ...war sogar so krass, dass sein ganzes Ritual abgehalten hatte. Mit einem riesigen Portal im Hintergrund. Leute sind gestorben. Leute haben sich komisch gefühlt. Das sind übernatürliche Dinge passiert. Dämonen. Doch warum... Okay, stopp. Wir müssen jetzt hier mal ganz kurz von... Wir müssen jetzt erstmal was differenzieren, ja. Der Glaube, der hier... Den christlichen Glauben, das hat ja nichts mit diesem paranormalen Schwurbler-S*** zu tun, à la ich hab ein Minecraft-Portal in die Netherworld geöffnet. Das ist ja Schwachsinn. Nur weil der mal wieder zu lange wach war und seine Lieblings-Stargate-Folge gesehen hat und ihm im Traum irgendwie so eine Mischung aus Travis Scott, Billie Eilish und SG-1 und T-Alg zusammengekommen ist. Das ist ja... Das ist hier ja was vollkommen... Das ist ja was... Das muss man differenzieren. Vollkommen differenzieren. Der glaubt nicht. Also der glaubt auch. Aber der ist deutlich über dieses... Ich denke, jemand achtet auf mich und hat mich in die Welt gebracht und am Ende des Tages, wenn ich viele gute Dinge tue, dann komm ich in den Himmel. Das hat nichts mit dem S*** zu tun. Das, was der macht, ist... Bruder, hast du schon das Video gesehen, wie Travis Scott Seelen in sein Dämonentor gesaugt hat? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das eine ist ja durchaus im Rahmen der Religionsfreiheit, was zu praktizieren ist. Jeder soll das für sich machen, wie er möchte. Das andere ist ein potenzieller Termin bei einem Psychologen. So viel würde ich erstmal klarstellen. Ich nenne das Ganze ganz simpel. Du kannst unreine Geister bekommen durch Musik. Klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Du kannst auch unreine Geister bekommen durch... Boah, was? Unreine Geister? Ich guck mal kurz in meine Playlist rein. Darkest Hour mit Demons. Oh, S***. Peripherie. Make Total Destroy. Trivium. A Gunshot to a Head. Oh, S***. Death Touch von Paleface Swift. Paleface Swift mit Lights Out. Angel Maker mit In Death. Oh, nein. Das sieht nicht gut aus. Left to Suffer mit Anger. Oh, nee. Paleface Swift, Nail to the Tooth. Oh, F***. Filme. Klingt noch heftiger, ich weiß. Aber ich selbst habe vor ein paar Monaten, letztes Jahr, wir haben ja schon 2024, ne? Habe ich an einem Mädchen Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film, einen Disney-Film... Warte mal, was hast du gemacht? Aber es ist die Wahrheit. Du kannst auch unreine Geister bekommen durch Filme. Klingt noch heftiger, ich weiß. Aber ich selbst habe vor ein paar Monaten, letztes Jahr, wir haben ja schon 2024, ne? Habe ich an einem Mädchen Befreiung gemacht, die durch einen Disney-Film, einen Disney-Film, einen unreinen Geist bekommen hat. Er hat eine Befreiung gemacht? Von was hat der das junge Mädchen befreit? Sie hat den Film Melissa Fint geguckt, von Disney. Daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen. Ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Jeder... Ich musste Befreiung an ihr machen? Was meint er damit, wenn er das sagt? Shit. Er musste eine Befreiung an ihr machen. Reden wir von einem Exorzismus? Nee, nee. Wer in meinen Livestreams guckt auf TikTok und auf Instagram, weiß, dass die Kraft von Gott real ist. Ich will auch nicht religiös sein. Nein, ich sage nicht, hey, du darfst keine gottlose, säkuläre Musik hören, um dir irgendwie den Spaß zu verderben, sondern ich will dir sagen, dass worauf... Oh, Gott sei Dank. Boah. Ich dachte schon, er sagt mir jetzt, ich darf keine böse, säkuläre Musik hören, weil, oh, das hätte mich rausgebracht. Ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt den Tag noch... Weil mein gesamter Alltag wird von böser, säkulärer Musik begleitet. Hm? Also, ich würde mich schon... Ich würde mich selber auch schon blasphemisch nennen. Oft du meditierst mit deinen Gedanken, das wirst du. Die Bibel sagt, so wie du glaubst, dass du in deinem Herz bist, so bist du auch. Das heißt, wenn du selbst über dich denkst, hey, ich bin Versager, du hast die ganze Zeit eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, du bist ein Versager, du kannst nichts, dann glaubst du das irgendwann und dementsprechend handelst du auch. Easy-Depression geheilt. Easy-Depression geheilt. Wenn du die ganze Zeit gottlose Musik hörst, Musik hörst, die antichristliche Sachen, satanische Sachen verherrlicht, dann wirst du dich irgendwann dem anpassen, wenn du... Ja. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz... Ich verstehe diese Einordnung zwischen Gute und Böse nicht, weil das ja... Es klingt ja so, als wären gute Menschen die, die an Gott glauben und böse Menschen, die diese säkuläre, säkuläre, blasphemische Musik hören. Und das ist ja nicht so, oder? Wenn du mit Homosexualität strugglst und davon frei werden bist, dann bitte doch das mit mir. Jesus. Oh, ich erinnere mich. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Als nächstes will ich darauf eingehen, dass ja, Homosexualität ist nicht normal. Alter. Ey, heute aber auch wirklich alle Striche? Habt ihr... Habt ihr euch abgesprochen bei den Veneers, oder was? Das ist, äh... Schon, das scheint schon so ein gewisser Einordnungsmarathon von mir zu sein. Gut, dass ich den Berührungstee hier habe. Und du kannst davon frei werden. Ich weiß, wenn ich das in der heutigen Gesellschaft sage... Pass mal auf, Timmy. Oder so. Jetzt halt mal deine zuckersüßen Kusslippen zusammen. Und ich bin ja gerne bereit, mir anzuhören, wie du in deiner Fantasiewelt lebst und Dämonentore à la Stargate bei Travis Scott beurteilst und definierst. Von mir aus bin ich auch bereit, deiner schwachsinnigen Beschreibung von Disney zuzuhören, wie du einem jungen Mädchen... Wie du ein junges Mädchen befreit hast von irgendeiner dämonischen Präsenz, während sie einen Disney-Film geguckt hat. Aber wenn du die Grenze der... die Grenze zur Homophobie und Menschenfeindlichkeit überschreitest, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich hier gottlos auf Mutter, du kleiner Husson. Ich bin nicht bereit, so eine Grenze zu tolerieren. Denn das ist zu viel. Und ist auch zu weit. Das geht nicht. Es gibt Grenzen. Auch wenn die Grenzen für je nach Religion und so unterschiedlich sind und ich respektiere das, was du glaubst und was du denkst, aber das hat eine direkte Auswirkung auf Menschen, die du als nicht normal deklarierst. Und ich kann es nicht ertragen, dass wir in 2024 immer noch eine Debatte darüber führen, die wir ja immer noch führen, ob Menschen, abhängig davon, wen sie lieben, normal sind oder nicht normal sind. Und jetzt reicht es auch. Jetzt reicht das. Da muss man einfach sagen, nee. Das Einzige, was hier nicht normal ist, ist eine Äußerung dieser Art zu tätigen. Offensichtlich. Denn nur weil du das nicht nachvollziehen kannst, heißt das nicht, dass du direkt diese menschenfeindliche Aussage an den Tag legen musst. Das ist super f***ing wack. Kriege ich viel Hate, aber nicht jeder, der homosexuell ist, möchte auch homosexuell sein. Die Schlüsse. So schreiben mir ganz viele Leute auf Instagram, dass sie frei werden wollen davon und sie sollten auch dieses Recht haben. Homosexualität laut Bibel ist nicht normal. Römer 1, 26 bis 27 und 1. Korinther 6, 9 bis 10, so wie Leviticus, das Alte Testament, einigen sich alle darauf, dass der homosexuelle Lifestyle nicht in den Himmel führt. Ich habe so ein großes Problem mit diesen fundamentalen, diesen wortwörtlich übersetzenden Bibel-Narren. Weißt du, ich habe wirklich ganz großes Problem mit diesen Leuten. Also wirklich, dieses dieses Cherry-Picking des eigenen Narrativs, diese Interpretation nach das hat der so gemeint oder so gemeint, das hat der im Alten oder Neuen Testament so interpretiert oder so interpretiert oder halt dein, halt, mach das doch einfach nicht. Mach das doch einfach nicht. Oh Gott. Oh f***, Alter, ey, wirklich. Wie der natürlich ist und ein Gräuel in Gottes Augen ist, um es ganz klar zu formulieren. Das sage ich auch nicht, um hasserfüllt rüberzukommen, sondern ich sage das Nee, weil du davon überzeugt bist und deswegen ja trotzdem hasserfüllt rüberkommst. Also eine Überzeugung zu haben und zu glauben, dass man auf der richtigen Seite steht gibt ja nicht die, gibt ja jetzt hier nicht das Argument zu sagen, ja das ist ja ich meine das gar nicht menschenfeindlich. Ich sage das nur menschenfeindlich. Bruder, sind das 50 Subs? Bruder, wenn Gott das sieht, dass du diese unchristlichen Subs hier reinmachst, Viper, ist dir eigentlich klar, was dann mit dir passiert am Ende der Zeit? Ist dir das eigentlich klar, Viper? Was dann mit dir passiert? Besonders, weil wir hier gerade einen Jünger haben. Jetzt kannst du nur noch um Vergebung bitten. Das mit dem Paradies, das kannst du knicken. Jetzt hast du nämlich Kontaktschuld. Wenn du dann irgendwann da hochfährst, ja, du hast so, weiß ich nicht, du wirst, rutscht aus deinem Rollstuhl und dann und dann du stehst am Tor und dann steht da so ein Typ und er guckt auf sein Tablet. Wir sind ja auch ein bisschen weiter heutzutage. Und dann sagt er, nee, am 29.01.2024, so gegen 8 hast du 50 Subs an so einem unchristlichen, säkulären geschenkt. Ja, und dann ist es vorbei. Tja, und das hast du dir alleine zuzuschreiben. Das hast du dir alleine zuzuschreiben. Ich habe da keine Verantwortung für. Weil ich diese Menschen im Himmel wiedersehen möchte. Das ist mein Herz dahinter. Ich selbst habe vor paar Wochen für einen jungen Mann gebetet, der frei wurde von Homosexualität. Er hat einen unreinen Geist manifestiert. Er hat angefangen zu zittern. Wow, etc. Stey, kannst du dich mal zusammenreißen? Wollte gerade meiner Freundin deinem Stream zeigen und empfehlen, das Erste, was sie hört, ist, wie du gottlos auf Mutter gehst. Nee. Es tut mir leid, dass das jetzt natürlich auch ein echt unpassender Zeitpunkt ist, um deiner Freundin deine Hobbys vorzustellen. Aber, wenn man es mal genau nimmt, ist das auch wichtig und richtig, diesen Ersteindruck zu haben. Denn, dass hier jemand sich überzeugt vor eine Kamera stellt, in dem Wohnzimmer seiner Oma, sein wir mal ehrlich, sein wir mal ehrlich, Digga. Also entweder wohnt da seine Oma oder der ist gut connected mit Philipp Amthor. Der steht da selbstbewusst in dem Wohnzimmer von Philipp Amthor und nimmt ein Video auf, wie er darüber spricht, nicht, dass er einem Mann, der einen negativen Geist manifestiert hat, dass er hier Homosexualität heilt. Bruder. Ha? Und wurde frei im Namen von Jesus. Ich weiß, das klingt sehr heftig, aber es ist die Wahrheit. Vor kurzem hat mir auch jemand auf Instagram geschrieben, der transgender ist und der weiß, dass es nicht richtig ist, aber irgendwas in ihm sagt ihm, dass er im falschen Körper ist. Also da, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob da zu viel Messewein gesoffen wird oder was hier los ist. Das ist halt, das ist, dieses wir können deine Sexualität heilen, Bruder, das ist, das ist so auf Scientology-Ebene so. Weil das ist wirklich, da hast du es wirklich mit einem okkulten, sektenartigen Blödsinn zu tun. Das hat auch nichts mit Glauben zu tun und auch nichts mit der großen, überwiegenden, deutlich progressiveren Art zu glauben, weil diese Form von Glauben, das ist Extremismus, das ist menschenfeindlich, das ist bestimmend, das ist bevormundend, das ist bevormundend in einer Art und Weise, in der es in 2024 einfach nicht sein darf. Wenn eine Stimme da ist, ist eine Person da. Wenn etwas in dir sagt, dass du im falschen Körper bist, dann guess what? Du brauchst Befreiung. Und das sage ich nicht aus einem hasserfüllten Herz, sondern ich sage dir, Jesus liebt dich und er will dir ein neues Herz mit neuem Verlangen geben. Okay. Das gesagt, möchte ich noch hinzufügen, dass, guck mal, Homosexualität ist nicht so, dass die Sünde hier ganz oben ist und die anderen Sünden sind hier. Nein. Es ist so, dass Lügen, egal ob es Lügen ist, egal ob es Stehlen ist, egal ob es Homosexualität ist, Pädophilie ist, so viele... Oh, der Vergleich, Bruder. ...er ist Sexhaushalt der Ehe. Sünde ist Sünde. Eine Sünde... Bruder, ich bin so ein Sünder, Bruder. ...sünde. Damit brichst du das Gesetz gegenüber Gott und eine Sünde ist, schick dich auf den Weg in die Hölle. Oh, dieses kranke Mistschwein und diese, weißt du, also, oh. Oh, das ist schwierig für mich zu ertragen, weil das ist schon wirklich, das ist schon verachtenswert hier alles. Sehr verachtenswert, was hier gesagt wird. Wahnsinn. Die gute Nachricht ist diese, dass Gott liebt dich so sehr, dass er vor 2000 Jahren ein Mensch wurde in Form von Jesus Christus. Er hat ein perfektes Leben geführt, ohne zu lügen, ohne zu stehlen, ohne zu sündigen und ist dann für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Er wurde... ...begraben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Come on, Bro. Also, ist das die gleiche Zeit? Ist das der gleiche Take, der auch sagt, dass Dinosaurier und Menschen zur gleichen Zeit auf der Erde zusammengelebt haben und dass die Erde nicht älter als 2000 irgendwas Jahre ist? Ist das der gleiche Take? Sodass, wenn du umkehrst und an ihn glaubst, ein neues Herz mit neuen Verlangen kriegen kannst, Beziehung haben kannst mit Gott und nicht auf dem Weg in die Hölle bist. Wisst ihr, wie meine Hypothese dazu ist? Ich stelle jetzt mal eine wilde Behauptung auf. Ich stelle jetzt mal eine sehr wilde Behauptung auf und ich gehe jetzt mal ein paar Schritte, denen ihr hoffentlich folgen könnt. Nehmen wir mal an, dass alles, was der sagt, Schwachsinn ist in einer aufgeklärten Welt. Nehmen wir mal an, dass gerade die Kirche als Instrument von Religion, besonders die christliche, ein Instrument der Kontrolle ist. Ja, also ein Instrument, dass in einer unaufgeklärten Zeit Menschen, die nicht gewusst haben, wie Wissenschaft und die Welt auf sie wirkt und andersrum, dass die Kirche als Kontrollinstrument Erklärungen für etwas gegeben hat, das man nicht versteht. Es regnet zwei Wochen nicht, du kannst dafür beten, dass es regnet, irgendwann regnet es. Du musst deine Steuer an die Kirche zahlen, ansonsten gehst du in die Hölle. Du musst das Land bestellen und du musst es der Kirche, musst der Kirche zuarbeiten, ansonsten gehst du in die Hölle. Diese einfachen Mechanismen der Kontrolle sind natürlich im Rahmen der aktuellen Zeit 2024 nicht mehr durchzusetzen. Das, was allerdings durchgesetzt wird, ob du willst oder nicht, ist, wenn du, wenn deine Eltern den Fehler gemacht haben, um dich zu taufen gegen die Tatsache, dass du das als Kind ja nicht beeinflussen kannst, einfach weil deine Eltern das gemacht haben, bezahlst du halt durch das Finanzamt eingetrieben Kirchensteuer. Was übrigens auch eine extrem weirde Art und Weise ist, so einen säkulären Staat zu haben. Aber es ist wahr. Unabhängig davon, ob du das machst, ist es ja so, dass wir gelernt haben, dass du unabhängig davon, ob du Kirchensteuer bezahlst oder nicht, du ja die Kirche so oder so finanzierst. In 2024 vollkommen normal. Einfach, weil es querfinanziert wird. Durch staatliche Verpflichtungen. Das bedeutet, ihr, ob ihr nun Kirche in der Kirche seid oder nicht, finanziert das so oder so. Leider. Dieses Instrument, ob nun evangelisch oder katholisch in der Religion, hat auch enorm viel Leid gerade in Deutschland über die Menschen gebracht, das man nachvollziehen kann. Also 2024, erst vor zwei Wochen, ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung, ein Studienbericht, der von der evangelischen Kirche in Auftrag gegeben wurde, herausgekommen, der mal ein bisschen die Spitze der Spitze des sexuellen Missbrauchs in der Kirche aufgearbeitet hat. Und was da immer gesagt wird, dass die evangelische Kirche nicht so ist wie die katholische Kirche, ist absoluter Schwachsinn. Die Kirche als Instrument ist über Jahre ein Missbrauchsinstrument gewesen. Und dafür gibt es keinen Ablassbrief von mir. Das heißt, auch wenn ihr eventuell keinen Einfluss darauf habt, weil die Querfinanzierung durch den Staat die Kirche stärkt, habt ihr Einfluss darauf, aus der Kirche auszutreten. Denn das Instrument der Kirche ist so altbacken und so unaufgearbeitet und so intransparent, dass man in einer modernen Welt da drin nichts zu suchen hat. Was nicht bedeutet, dass man nicht glauben kann, ob man nun an das eine oder an das andere glaubt. Das ist mir vollkommen egal. Und jedem sollten das egal sein, weil man sich auch so in Gruppen organisieren kann, um eventuell Messen abzuhalten oder Gebete aufzusagen. Das Ironische ist, dass wenn man solchen fundamentalen Extremisten zuhört, dass man relativ schnell als Religionsfreien geframed wird. Auch ziemlich beeindruckend ist, dass man das in Europa beziehungsweise in Deutschland äußert, dass dann immer irgendwoher ein skeptischer Gedanke kommt von irgendjemandem, der sagt, ja, aber sowas würdest du über Muslime nicht sagen. Weiß, die Realität ist, wenn du Muslim bist in Good Old Germany, dann wird dir die Steuer für irgendeine Kirche nicht von deinem Gehalt abgezogen. Wenn du das bei der klassischen christlichen Kirche machst, dann aber irgendwie schon. Und dann entsteht daraus natürlich ein offensichtlicher Fokus. Das Finanzamt treibt das halt nicht ein. Und das ist ein Problem. Und jetzt zu meiner Hypothese. Meine Hypothese ist, dass Menschen, die sowas sagen, in ihrer Welt tatsächlich, in meiner Welt in eine so schlecht gestellt sind, dass sie in meiner Wahrnehmung, obwohl sie eine andere haben, dafür in die Hölle kommen. Denn am Ende des Tages ist es so, dass wenn du im Sterbebett liegst und die letzten Lichter in deinem Gehirn laufen, ab und du schließt die Augen und das geht so langsam aus, dann ist das, was du glaubst, was dann passiert mit dem Leben nach dem Tod, einfach nur eine Verkettung von den letzten Funken deines Hirns mit den größten Ereignissen, die du in deinem Leben geleistet hast und durchlaufen kannst. Und dass diese Menschen dann folgenden Irrsinn durchlaufen, indem sie anderen sagen und versuchen, sie von ihren menschenfeindlichen Thesen zu überzeugen, das ist für mich etwas, wofür du in die Hölle kommst. Weil ich brauche nicht an einen, ich persönlich brauche nicht an einen Gott zu glauben, um zu wissen, was gut und was schlecht ist. Es erfordert in 2024 kein Gott mehr, mir zu sagen, dass Töten, das Stehlen, das Gewaltdelikte, dass alle möglichen Arten von Straftaten, dass das nicht geht. Dafür brauche ich das nicht. Das brauche ich nicht. In 2024 brauche ich das nicht. Das gibt der Vaterstaat, Digga, durch das StGB einem gut vor. Dass es aber immer noch Menschen gibt, wie ihn, das ist in sich selbst paradox. Menschen, die mir erzählen wollen, dass wenn ich ihrem Narrativ nicht entspreche, ich nach dem Leben, das dann vorbei ist, auf Basis einer Annahme, in einen angeblichen Himmel oder in eine angebliche Hölle komme, ist so paradox. Oder? Wenn es so etwas gibt, wenn es so etwas tatsächlich gibt, dann glaub daran, von mir aus, stell es dir vor, red es dir ein, mir ist es egal, ich tue es nicht. Aber sei dir sicher, dass wenn du Recht hast, dass ich nicht glaube, dass nur weil ich nicht daran glaube und trotzdem nach diesen Werten lebe, dafür bestraft werde, dass das so ist. Ich denke, dass sich das ziemlich anders verhält. Sorry, ich muss Timmy weiterreden lassen, aber diese Scheiße regt mich auf. Und ist dann für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Er wurde begraben und ist nach drei Tagen wieder auferstanden, sodass wenn du umkehrst und an ihn glaubst, ein neues Herz mit neuen Verlangen kriegen kannst, Beziehung haben kannst mit Gott und nicht auf dem Weg in die Hölle bist. Was das übrigens angeht, ey, kurz mal Funfact, was das angeht, unterliegen diesem sehr, sehr extremen Wahnsinn, was ich jetzt hier einfach mal so nenne, deutlich weniger Ossis als Wessis. Props geht raus, in Ostdeutschland kannst du das dem Ossi nicht erzählen, Digga. Bei dem Ossi da kommst du hin und dann erzählst du ihm das und der sagt dir, Marlon, hören wir mal zu, ich werde schon seit der Wende vom Staat verabschieden und jetzt soll ich auch noch von irgend so einem Jesus verabschieden werden oder was. Verpisst dich hier. Verpisst dich! Um das ganz kurz, um mal ganz kurz wieder, sorry, es tut mir leid, ist, wir haben es, wo etwas Gutes ist, muss auch was Schlechtes sein. Auf der einen Seite lassen sie sich Ossis von der Sch*** nicht belabern, auf der anderen Seite lassen sie sich aber auch von einer anderen Gruppe ein Bären auf die Nase binden. So, weiter geht's. Wenn wir alle werden eines Tages vor Gott stehen und Gott wird uns richten anhand unserer Taten. Niemand von uns kann bestehen. Ich kann dir objektiv sagen, das Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Digga, wie ist das eskaliert? Also, wie? Wahnsinn. Wie das Ganze eskaliert ist, ist relativ simpel. Du hast meinen Clip aus dem Kontext genommen. Mein Clip war nämlich dieser. Der Punkt, den ich versucht habe zu machen, war dieser. Dass Gefühle sind nicht vertrauenswürdig als Standard für Wahrheit. Wir alle hatten schon mal einen Crush in unserem Leben und spätestens, wenn du einen Crush hattest, weißt du, dass Gefühle nicht vertrauenswürdig sind als Platz für Wahrheit. Deine Gefühle können sich täuschen. Manchmal fühlen sich Menschen danach, Menschen zu ermorden. Manchmal fühlen sich Menschen danach, mit Kindern zu schlafen. Ja, das ist messed up. Da stimme ich zu. Aber Menschen haben Gefühle und nicht alle Gefühle sind vertrauenswürdig. Das heißt... Okay, ich höre mir mal zu, wohin die Reise geht. Ich bin sehr verwirrt. Was kann ich vertrauen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Kann ich dem Staat vertrauen? Ich meine, der Staat hat im Zweiten Weltkrieg legalisiert, Juden zu töten. War das... Bruder. Der Staat. Ah ja. Sehr spritzige Anekdote zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs tatsächlich. Richtig. Nein. Warum war das nicht richtig? Wie kommt er jetzt zu Gott? Also weißt du, und was hat die Ampelregierung mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Ich meine, die kriegen ja einiges vorgeworfen, ne? Aber... Das... ist... Puh. Puh. Ähm... Das fiel. Ich meine, es war ja legal damals. Das sind alles richtig wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Und meine Antwort auf das Ganze ist, dein Standard für Wahrheit sollte nicht deine Gefühle sein. Dein Standard für Wahrheit sollte nicht der Staat sein, weil dieser kann sich auch täuschen. Okay. Er will mir jetzt also sagen, weil er, also er hat jetzt den Bogen gespannt mit, der Staat hat ihm, hat irgendwann mal das Judentöten erlaubt und deswegen kannst du dem jetzt nicht vertrauen. Und deswegen musst du auf Gott hören. Das ist, da möchte ich mal eine Frage stellen. Die Kreuzzüge, ja? Also, da wo Ungläubige, boah, wirklich, puh, fah, tja, wirklich niedergeklatscht wurden, das ist ja schon eine Weile her, hat aber für mich im Rahmen seiner Säuberung einen ekligen Nachgeschmack. Und da das passiert ist, vertraue ich Gott nicht so. Sollte ich mich darauf berufen in 2024 und dann sagen, ja gut, also ich kann mich sicherlich darauf berufen, aber es gibt sehr viele aktuellere Probleme. Dein Standard für Wahrheit sollte das Wort Gottes sein, was unfehlbar ist, was immer gleich bleibt. Er ist auch ein... Hm. Hier. Unfehlbar. Ähm. Hexenverbrennung. Ein gerechter Gott. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen wie dich. Jo, Digga, ich hab... Puh. Warte mal. Ja, warte mal. Gott hat... Warte mal, wenn... Also... Gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass ich dahin gehöre? Ja. Ist das angemessen, Timmy? Abgesehen davon, dass diese Aussage aus dem Kontext ist, ist... Wie ist denn... Also... Wie ist denn der... Also mich interessiert... Also hier wird ganz schön viel aus dem Kontext geschnitten. Das ist schon verdächtig, ehrlich gesagt. Es ist so, du und ich, wir beide werden eines Tages vor Gott stehen. Ganz ehrlich, ich werde ihm von diesem Video erzählen und dann wird er dich hoffentlich mit einem Blitz treffen. Weil ich bin älter als du. Ich treffe den zuerst. Also im besten Fall, ne? Pass auf dich auf. Aber ich... Dann sage ich dem den... Und dann sage ich das, was du für eine dumme Scheiße erzählst. Und dann sagt er, Bruder, Merhaba. Der spricht... Der spricht übrigens Arabisch, Gott, wissen viele nicht. Merhaba. Und dann sagt er mir die ganze Zeit auf Arabisch, ich verstehe nicht, dass du übelst der Lelik bist. Und Gott wird gucken, ob du eine gute oder eine schlechte Person warst. Ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Das Problem dabei ist, dass keiner von uns ist gut. Hast du schon mal gelogen? Bestimmt. Wie nennst du jemanden, der lügt? Ein Lügner. Hast du schon mal gestohlen? Auch wenn es nur etwas Kleines ist. Wenn ja, wie nennst du jemanden, der stiehlt? Ein Dieb. Ein Dieb und ein Lügner sind keine gute Person. Mein Punkt in dem Video war nicht, dass... Oh, du bist Stalin, du bist Hitler. Mein Punkt war, du und ich, wir sind schuldig. Sie waren schuldig. Ja, nee. Also wenn jemand beispielsweise Hunger hat und auf dem Markt ein Lebensmittel stiehlt, ist der dann genauso schuldig wie Adolf Hitler? Weil ich sehe den, ich sehe diese, also ich finde das schon ein bisschen extrem, ehrlich gesagt. Also wirklich. Wir alle brauchen einen Retter und sein Name ist Jesus Christus. Bitte dich. Füll mich. Bastische. Füll mich. Füll mich. Also für jemanden, der sich gerade von Gay-Shit freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Der Clip mit Füll mich ist so aus dem Kontext gezogen. Es... Hier ist alles aus dem Kontext gezogen irgendwie. Mal gucken, wie die... Wie die Füll mich-Debatte jetzt läuft. Es ist heftig. 2022 habe ich gelivestreamt auf TikTok. Ich... Füll mich. Ich habe das Evangelium deklariert, die gute Nachricht, nicht die schlechte Nachricht. Und Leute wurden gefüllt mit der Kraft von Gottes. Leute... Mh, die Köln-Säue. Leute wurden geheilt. Leute haben Feuer durch ihren Körper gefühlt. Haben Elektrizität durch ihren Körper gefühlt. 2023 habe ich auch gelivestreamt und Leute haben angefangen, dass die Augen nach hinten gerollt sind. Dämonen wurden aus Leuten ausgetrieben. Depression ist gegangen. Panik ist gegangen. Okay. Ich möchte nochmal vehement darauf darauf hinaus, dass das hier ein sehr... Das ist ein Extremist. Also der ist von wegen... Ich kann kranken... Krankheiten heilen mit meinen Worten und der Glaube und so. Depressionen. Das ist eine sehr extremistische Art und Weise da ranzugehen. Und sie muss unbedingt... Das ist keine... Das ist keine gute Grundlage. Ja, das ist ein Extremist hier. Natürlich. In Jesus' Namen. Exxiety ist gegangen. In Jesus' Namen. Leute wurden geheilt in Jesus' mächtigen Namen. Und so will ich... Mh, sehr gefährlich sowas. Sehr, sehr gefährlich. Ich würde auch heute sagen, wenn du dieses Video guckst, dass ich rede nicht von einer Religion, ich rede nicht von irgendeiner speziellen Kirche, ich rede vom lebendigen Gott und sein Name ist Jesus Christus und er will dir begegnen, er will dich füllen mit seiner Kraft, er will dich füllen mit seinem Heiligen Geist, er will die Depression nehmen, er will die Exxiety nehmen, er will die Homosexualität nehmen. In Jesus' mächtigem Namen. Krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es schlimmer wird, aber ich habe das Originalvideo relativ gut im Gedächtnis und ich muss sagen, das Video hier ist schlimmer. Also es ist deutlich schlimmer geworden. Was gesagt, bedeutet das, dass Jesus diese Menschen nicht liebt? Nein, das heißt es nicht. Wenn du Part von der LGBT-Community bist, will ich dir heute sagen, von Angesicht zu Angesicht, beziehungsweise Bildschirm, will ich dir sagen, dass Jesus liebt dich, Gott liebt dich, er will dir ein neues Herz geben mit neuen Verlangen. Wir alle müssen umkämpfen von unserer Schuld und auf Jesus Christus vertrauen als Herr und Retter und durch die Kraft des Heiligen Geistes transformiert werden. Du hast recht, du kannst dich selbst nicht verändern. Das stimmt, aber Jesus kann dir ein neues Herz mit neuen Verlangen geben. Hier sind gängige Dinge, die Dämonen die Türen öffnen. Das ist ein hartes Pass. Absolut nicht. Also wir haben dabei Sex vor der Ehe, Klassiker, aber auch Horoskopo und Sternzeichen, auch eine Manifestation von deinem höheren Ich, keine Ahnung was das heißt, und Yoga. Ich dachte, es wäre auch noch gut, ganz kurz hier drauf einzugehen, dass ja, du kannst unreine Geister bekommen durch Yoga und durch Horoskope und sogar durch Sex before Married. Warum? Ganz simpel. Yoga bedeutet verbinden. Du verbindest dich durch diese Posen, welche an Gottheiten gerichtet sind. Alter. Es ist wirklich ein bisschen übergriffig, dass Gott mich liebt. Kann er mich erst mal einen Kaffee mit mir trinken gehen? Denk er, ich habe, Alter, ein F***. No, Bruder. Ich weiß gar nicht, weil ich mit dem was anfangen kann. Aus dieser speziellen Religions- oder religiösen Richtung genau über die geistliche Welt, wodurch du auch unreine Geister bekommen kannst. Es gibt sogar etwas, es nennt sich Kundalini Awakening, was in Verbindung mit Yoga gebracht wird. Ich kann kurz einblenden, wie das aussieht. Und dort bekommst du einen unreinen Geist von. Das gleiche gilt auch für Horoskope. Horoskope ist ein Weg, um in die geistliche Welt zu kommen, der illegal ist. Warum ist der illegal? Ganz simpel. Es gibt zwei Wege, wie du in die geistliche Welt kommen kannst. Einen legalen Weg, einen illegalen Weg. Der illegale Weg ist durch Zauberei, durch das Okkulte etc. Der legale Weg ist durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes, den du bekommst, wenn du um... Bruder, es ist halt wirklich... Er macht hier gleich selber ein Stargate erhofft. Das ist ja unfassbar. Was wie illegal, egal. Illegal, egal, egal. So wie es ist, ihr Ohr sagt. ...kehrst voneinander schuld und auf Jesus vertraust, ist dein Herr ein Retter. Also alle letzten ist einfach noch kurz Sex before marriage angeschnitten gehabt hier. Wenn du Sex before marriage hast, also Sex vor der Ehe hast, dann ist es so, dass du eins wirst mit dieser Person. Also für ganze 10 Sekunden. Das ist auch, was die Bibel sagt. Das ist nicht nur ein physischer Akt, sondern du wirst tatsächlich eins mit der Person, auch seelisch, auch geistlich. Deswegen tut es auch immer so ultra weh, dass du immer mit jemandem geschlafen hast und dann auseinander geht, emotional, weil dort mehr passiert, als nur ein physikalischer Akt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber hier haben wir jemanden, der die Weasleys und ihre fundamentalen Ansichten ihre extremen Ansichten einfach in den Schatten stellt. Vollkommene Psychose. Wirklich vollkommene Psychose. Und Dämonen befinden sich in der Seele. Das heißt, wenn deine Seelen eins werden, dann kannst du ja selbst denken, was passiert. Dämonen von der einen Person können in die andere Person reinkommen. So ist es beispielsweise so, dass oft finden sich Mädchen immer wieder in toxischen Beziehungen wieder. Okay, jetzt ist was hat Gott damit zu tun? Warum mag ich immer die Jungs, die mir nicht gut tun? Und ganz simpel. Ja, einfache Erklärung. Diese Jungs haben einen Geist der Kontrolle oder einen anderen Geist und du hast einen Geist der Lust oder du hast einen unreinen Geist in dir, der sich... Ah, es sind die Geister, klar. Es sind die Geister. Ich wusste gar nicht, dass das auch so ein Ding ist, so Geister, so ein Schatz. ...dazu angezogen führt, zu genau diesem Geist. Deswegen ist es von einer Beziehung in die nächste immer eigentlich der gleiche Typ. Also ich würde einfach sagen, du hast einen schlechten Geschmack, aber ein Geist klingt natürlich auch interessant. Obwohl es nicht der gleiche Typ ist, weil es der Geist in der Person ist. So habe ich herausgefunden, seitdem ich viel Befreiungsdienst mache an Menschen, dass viele Sachen, die wir als Charaktereigenschaften beschreiben, keine Charaktereigenschaften sind, sondern unreine Geister. Und du kannst davon frei werden, in Jesus' Namen. Rezo, das hier geht an dich. Du hast ja gesagt, dass deine Eltern Pfarrer waren, richtig? Ihr wisst so, meine Eltern, Pfarrer, Opa-Pfarrer, mehrere Tanten und Onkel-Pfarrer, ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Ich glaube, dass du in Religion groß geworden bist. Ich glaube, du hast nie eine Erfahrung gehabt mit der Kraft des Heiligen Geistes, welche... Weißt du, woran er mich erinnert? Und ich denke auch ein bisschen über die Anglizismen nach, die er integriert. Er erinnert mich an so einen amerikanischen Fernsehpriester, wenn ihr versteht, was ich meine. Diese überschwängliche, irrationale Art, mit der Kamera zu interagieren, dieses Bibel-TV-ähnliche, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen richtigen amerikanischen Fernsehpriester zugesehen habt, diese Kopium-Scheiße. Das ist das in jung, naiv, deutsch und als Extremist. Ja. Also gleich so, genauso extremistisch natürlich. Das ist Kenny Copeland, als er 16 Jahre alt war. Ich lieb's. Rezo, Jesus liebt dich. Ich liebe dich. Dieses Video ist nicht aus Hass. Ich will dir sagen, dass Gott liebt sich. Er will Beziehung mit dir, aber du musst dafür von deinen Sünden umkehren und auf Jesus vertrauen als dein Herrn und Retter. Und genau, weil du auch in Religion groß geworden bist, hast du zum Teil den Christen falsch dargestellt. Es ist eine Liebesbeziehung, wie ich bereits gesagt habe, mit Jesus Christus, der, der ein neues Herz mit neuen Verlangen geben wird, einen besseren Weg, weil unser Weg funktioniert nicht. Es ist Yahweh. It's not my way, it is Yahweh. Es ist sein Weg. Halleluja. Und ich fordere dich auf, vertraue auf Jesus als deinen Herrn und Retter. Er wird kommen mit einem Feuer, mit einer Kraft, mit einer Liebe, mit seinem Heiligen Geist, wie du das noch nie erfahren hast. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht, um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Der Christentum wäre kein Psychopathenverein. Im Gegenteil. Es wäre so heftig, wenn jeder das leben würde. Die Bibel sagt Liebe. Ja, das lief in der Vergangenheit auch richtig gut, du. Also, wenn das jeder, wirklich, wenn man so staatliche Sachen abschaffen würde und jeder nur noch, oh, Bruder. Das wäre wirklich gut, würde das laufen. Das würde so gut laufen. Mit deinen Nächsten, mit dich selbst. Tu Gutes denen, die dir Böses tun. Segne die, die dich verfluchen. Weißt du, das Problem ist, wenn Religion in der Kirche ist, wenn es tot ist, wenn die Kraft Gottes nicht da ist, wenn der Geist des Herrn nicht da ist. Denn die Bibel sagt, dass die gesamten Gebote werden zusammengefasst in diesen zwei Sachen. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie du selbst. Und das ist auch das Ziel des Christentums. Beziehung mit Gott und dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Und so will ich dir sagen, dass wenn du struggelst mit Depression oder mit Anxiety oder mit Panik, mit Selbstverletzung, mit Homosexualität, egal. Oh mein Gott, Alter. All was es ist, Jesus kann dich freisetzen. Gott kann dich füllen mit seinem Geist. Gott kann dir, kann kommen mit seiner Liebe, die du noch nie gefüllt hast. Wenn du dein Leben Jesus geben willst, der dieses Video schaut, weil ich will auch dir die Option geben, das zu erfahren, dann bete das hier mit mir, okay? Schließ deine Augen. Schließ einfach kurz deine Augen. Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein beschissenes Maul, Digga. Und bete das hier mit mir. Jesus, ich bekenne vor der Sichtbaren und der Unsichtbaren, dass du Herr und Retter bist, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist, begraben wurdest und nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Und so danke ich dir, dass meine Sünden weggewaschen sind. Ja. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ja. Und deine Vergebung brauche. Oder, weißt du was mich, was, weißt du, ich weiß nicht, ob mich gerade der Heilige Geist durchflutet oder die Tatsache, dass mir bewusst wird, dass wenn der heiratet, der anscheinend nicht verhüten wird und einfach 20.000 Kinder in die Welt setzt danach, ne? Die, der alle mit diesem Scheiß indoktrinieren wird. Jesus Christ. Verhütung auch Sünde? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, in der Bibel steht geschrieben, dass du den Lelek, deinen kleinen Timmy, nicht bedecken sollst. Nicht verhüllen sollst. Ich glaube, so steht es wörtlich drin. Und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, füll mich. Schon wieder? Füll mich. Offenbare mir die Liebe des Vaters. Ich dachte, das war aus dem Kontext geschnitten, Digga. Wie sehr mich Gott liebt und berühre mein Herz jetzt in Jesus' Mächtigen Namen. Und einige von euch, ihr fangt gerade an zu weinen, wenn ihr dieses Gebet betet. Chad, warte mal. Wer weint von euch? Weint jemand von euch? Ehrlich? Cringe. Ehrlich? Wegen Jesus? Voll lachen. Und ich will auch auch noch für euch beten. Vater, ich danke dir für jeden, der dieses Video sieht und für jeden, der gerade durch deine Kraft berührt wird. Und ich bete, Heiliger Geist, füll sie. Berühre ihr Herzvater. Heile ihr Herzvater. Ich bete speziell für dich, dass dein Herz geheilt wird. Jetzt. In Jesus' Mächtigen Namen. Und ich will jetzt auch noch für dich beten, wenn du mit Homosexualität struggelst oder mit... Oh mein Gott, Bruder. Ist das dein beschossener Ernst? Irgendeinem anderen und unreinen Geist struggelst. Dann will ich jetzt für dich beten und ich bete in Jesus' Mächtigen Namen. So, meine ganzen... Jetzt, Moment, Stopp. Meine ganzen Queer Friends, ja, die ganzen... Die ganzen geilen Schnitten da draußen jetzt hier mal, egal in welcher Form ihr auch immer euch definiert. Jetzt müsst ihr kurz den Stream ausmachen. Ansonsten werdet ihr eine existenzverändernde Sache erleben. Das wäre nicht so geil jetzt, wenn ihr auf einmal aus eurer Sexualität rausgerissen werdet. Das wäre auf einmal... Muss man eventuell mit Lebensabschnittsgefährten als Schluss machen. Das wäre jetzt unangenehm. Also, legt's nicht drauf an. Legt's nicht drauf an. Dass jeder unreine Geist, der meine Stimme hört, ich befehle dir... Stopp. Jetzt könnt ihr noch... Jetzt könnt ihr muten noch. Ansonsten wird's eventuell auf einmal sexuell andere Interessen. Zack. in Jesus' Namen. Fahre jetzt aus in Jesus' Namen. Ich komme gegen Panik in Jesus' Namen. Ich komme gegen Depression in Jesus' Namen. Ich komme gegen jeden unreinen Geist der Homosexualität. Und ich befehle in Jesus' Namen. Fahre jetzt aus in Jesus' mächtigen Namen. Raus in Jesus' Namen. Jemand von euch fängt gerade jetzt an zu husten und irgendwas kommt hoch. Widersteht ihr nicht. Raus in Jesus' Namen. Also mir kommt schon... Also ich muss sagen, seit 16 Minuten kommt mir einiges hoch. Also wirklich, also das liegt auch... Aber ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Gebet liegt. Wobei man sagen kann, es kommt mir schon wegen dem Gebet ein bisschen hoch. Das stimmt. Irgendwie kommt es mir hoch. Jeder unreine Geist, vollständige Befreiung jetzt in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Vollständige Freiheit. Vollständige Freiheit. Und Vater, ich bete in Jesus' mächtigen Namen, dass du sie jetzt füllst mit deinem Heiligen Geist. Komm mit deiner Liebe. Komm auf mich, Vater. Komm mit deinem Heiligen Geist. Jetzt füll die Person, Vater. Füll die Person, Vater. Ich dachte, es wurde gerade ausgetrieben. Ich komme auch gegen jede Depression in Jesus' mächtigen Namen. Dass jede Depression gehen muss, Vater. Und die Liebe Gottes jetzt über die Person wäscht wie eine Decke, wie eine Welle in Jesus' mächtigen Namen. Amen. Ansonsten, das hier ist das Ende des Videos. Wow, der beste Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ein paar Sachen geklärt. Ich will euch ansonsten noch sagen, ich glaube, einige von euch wurdet berührt durch die Kraft Gottes. Schreibt in die Kommentare, was Jesus gemacht hat. Halleluja. Abonniert, liked diesen Channel für den Algorithmus. In Jesus' mächtigen Namen. Amen. Ich verlinke euch das Video nicht, aber der Top-Kommentar ist, es ist gut, dass die Menschen immer mehr vom Glauben, sich voll immer mehr vom Glauben lossagen. Der zweite Kommentar ist, Thorik, folgendes sage ich mit allem Respekt, die mich Menschen wie dir nur irgendwie noch haben kann, auch wenn es dir sehr schwer fällt. Bitte such dir professionelle Hilfe. Am besten schon gestern. Du brauchst sie ganz, ganz dringend. Ich wusste doch, irgendjemand von euch hat die gerade kommentiert. Wie erkläre ich denn jetzt meiner kleinen Tochter, dass ich ihre Mami, meine Frau, ihre Mami nicht mehr liebe? Nur weil ich aus Versehen ein YouTube-Video geschaut habe. Als homosexuelle Christin kann ich dir sagen, ich bin krass gesegnet. Gott hat mich so gemacht. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das nicht machen. So, ich verlinke das Video natürlich nicht, weil, holy shit, Alter. Aber ich hoffe, dieser junge Mann erhält die psychologische Hilfe, die er braucht. Und ich möchte ihm zusagen, ich verachte alles, was er gesagt hat. Das passiert nicht oft, aber ich muss sagen, im Rahmen der gesamten Aussagen, die ich hier gehört habe, ist alles verachtenswert. Menschenfeindlich und extremistisch. Menschenfeindlich 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 Vielen Dank.